Zur Dschungelprüfung müssen an Tag 3 Leila Lahua und 24 Tim, doch Leila verliert die Nerven. Diejenigen, die am lautesten schreien, müssen zur Dschungelprüfung, ein ungeschriebenes Gesetz im Dschungelcamp. Und ja, Leila Lahua, 27, hat bereits in den ersten zwei Tagen mächtig geschrien, als sich ihr Tiere nährten. Einen Frosch, der auf ihrem Bett saß, bezeichnete sie als »hässlich«, immer wieder kreischt sie, wenn sie etwas eklig findet. Und weil Leilas Schreie nun mal deutlich lauter sind als die von Kim Virginia, 28, muss die ehemalige Bachelor-Kandidatin ab sofort neben 24 Tim, 23, ran. Da sind die Zuschauer gnadenlos und konsequent. Leila Lahua verliert bei der Dschungelprüfung die Nerven. Als Leila und 24 Tim, der ähnlich laut kreischt wie Leila, an Tag 3 zur Dschungelprüfung, »Ich bin im Spa«, holt mich hier raus. Antreten müssen, verliert sie sofort die Nerven und fängt an zu weinen. Beide werden in Kammern festgeschnallt, in Tims Kammer kommen Ratten, in Leilas sollen Echsen eingelassen werden. Doch bereits als die erste Echse Leilas Kopf berührt, sagt sie den Satz, »Ich bin ein Starr, holt mich hier raus«, »Null Sterne wegen abgebrochener Dschungelprüfung«. Leila ruft ein zweites Mal, »Ich bin ein Starr, holt mich hier raus«, kreischt hektisch, bis Sonja Siedlow, 55, dafür sorgt, dass sie aus der Kammer geholt wird. Leila hat einen Nervenzusammenbruch und weint bitterlich. Die Prüfung ist vorbei, doch das bedeutet aber auch, dass Leila und Tim mit Null Sternen zurück ins Camp müssen. Tim ist trotzdem nicht sauer auf seine Mitkämperin. Dir muss gar nichts leid tun. Du bist nicht mehr in der Prüfung. Atme ein und atme aus. Niemand ist dir böse, sagt er tröstend. Als Leila und Tim im Camp sind, zeigen die anderen Camper Verständnis, doch in den Einzelinterviews wird klar, dass nicht alle Promis so verständnisvoll sind. Wird diese abgebrochene Prüfung noch Konsequenzen haben?